Okay, hello it's the Martian, Space Jam Jardins, I want this shit forever, wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft, mit mir, Milton dem Magier. So, da wollen wir nochmal gucken, wie es hier weitergeht. Mannschaft wird heruntergeladen, ist mal gut, wie hängt alles, ist nicht gut. Keine Rückmeldung, ah jetzt passiert was. So, da die letzte Folge so ohne Plan verlaufen ist, da muss ich auch wieder mal ein bisschen mehr mit Plan zu spielen. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Stahlspitzhacke, hat Abbau-Level, man weiß es nicht. Steine. Ne? Ah, machen wir mal vier Stück. Jetzt überlappt sich natürlich die Musik. Nehmen wir raus. Würde ich sagen, ein bisschen runterbauen hier. Geht schneller. Oh, 40 würde ich sagen. Das muss ich auch mal gut wieder setzen. Und der Weg ein bisschen umzusetzen. Ja, heißen muss ich mitnehmen. Und das Kopfhörer nehme ich mit. Und das Kopfhörer nehme ich mit. Klick, klack, 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 klack Noch 5 Noch 5 Noch 5 Jetzt haben wir auf 45 schon erreicht. Jetzt haben wir auf 45 schon erreicht. Jetzt haben wir auf 45 schon erreicht. So geht das aber nicht. Und so auch nicht. So. Dann wird das doch schon mal für diese Folge erfüllt. So ungefähr. So. 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 Okay. 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 Der Strategic grew up. Ach, na ja, why didn't we go much? Steinkirche Steinkirche Bis zum nächsten Mal. Na ja, immerhin ein bisschen Terra gefunden heute. Noch ein bisschen, bis die Schraube kaputt ist. Es ist nicht mehr viel. So, jetzt fliegt das Loch noch auf. Der Pilz muss halt auch unbedingt noch weg. Jetzt in der Luft schwebt. Sehr gut. Da muss noch der Baum weg. Der Baum und der Pilz. Ja. 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 uhr und da muss ich aber wieder arbeiten das ist dann nacht schicht das ist länger doch schon wieder dunkel zum terror geformt für schrott gesammelt das ist doch gut ich denke ich werde offline auch noch mal diese beiden bäume fällen immer ihn und auch ihn ja mal richtig platz habe dann wird es heute auch etwas kürzere folge und dann sage ich mal viel spaß euch so und bis dann